Jetzt kommt mal ganz kurz das Wort zum Freitag. Ich lese manchmal hier in den Kommentaren, ihr hasst den Winter, ihr mögt den Winter nicht, ihr stellt den Winter in Abrede. Nur weil wir nicht ständig hier sagen, der Winter startet jetzt. Aber man muss einfach mal das Ganze seriös betrachten und sich auch die Ensemble-Prognosen anschauen. Und seit Tagen sind die eigentlich nicht immer wirklich auf der winterlichen Seite. Die Hauptläufe, die springen hin und her. Die zeigen mal krasses Winterwetter, richtig geile Winterkarten, aber dann eben auch wieder milde Karten. Und deswegen sage ich seit Tagen schon, Leute schaut auf die Ensemble-Prognosen, denn nur so kann man ein Gespür dafür bekommen, wie sicher ist dieser berechnete Wintereinbruch. Und den schauen wir uns jetzt hier in diesem Wetter-Video nochmal an. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Das ist die aktuelle Schneehöhenkarte für den ersten Advent und wir sehen eigentlich nur ein paar Schneekrümel in den höheren Lagen. Der Rest von Deutschland wäre demnach schneefrei. Ja, der Wintereinbruch bis ganz runter, das wird immer schwieriger werden in den nächsten Tagen. Und wir hatten es vor sieben Tagen schon angedeutet. Mal gucken, ob das nicht wieder die allseits bekannte Wintermöhre wird. Ihr kennt vielleicht das Bild von dem Esel, der vor sich die Möhre hat. Der Esel rennt der Möhre hinterher, erreicht sie aber nie. So kommt es mir auch manchmal in den Wettermodellen vor. Immer wieder wird in der Ferne der Winter berechnet. Kommen wir aber näher, wird er wieder weggeschoben, weggerechnet und die Verschieberitis beginnt von vorne. Aber es ist noch nicht alles für die Katz. Und da wären wir auch schon beim Stichwort. Das hier ist wohl einer meiner treuesten Fans. Vielen Dank an Marion Villeneuve für dieses schöne Foto aufgenommen mit ihrer Katze. Ich glaube, es war gestern Abend bei meiner neuesten Wetterprognose auf dem TV angeschaut. Ja, die Katze guckt ganz genau hin. Was macht da der Junge? Was sagt er für die nächsten Tage voraus? Kommt der Winter? Kommt er nicht? Muss ich mir noch ein bisschen mehr Speck anfressen oder nicht? Ja, und das Foto finde ich wirklich sehr, sehr schön. Wusste ich auch nicht, dass Katzen bei meinem Wetter die Zuschauer sind. Aber man lernt ja nie aus. Wir schauen erst mal auf die Temperaturen des heutigen Freitags. Und zwar auf die Höchstwerte bis 11 Uhr heute Vormittag gemessen. Und da war es teilweise schon richtig schön mild gewesen. Viel zu mild für die Jahreszeit. Itzehoe 13,1 Grad, Helgoland 12,9 Grad, Hamburg 12,4 Grad, Berlin 11,7 Grad. Wir sehen also, die warme Höhenluft hat voll nach unten durchgeschlagen. Auch hier gab es ja manchmal Kommentare, die nicht so ganz glauben konnten, dass die Wärme von oben sich nach unten durchsetzen kann. Doch, sie hat sich durchgesetzt, die Durchmischung hat stattgefunden und deswegen ist es eben momentan auch so mild in vielen Teilen Deutschlands. Wir blicken mal auf die Ensemble-Vorsage und die gibt uns einen Ausblick darauf, was uns in den nächsten 10 bis 14 Tagen erwarten könnte. Spannend ist die rote Linie, denn die rote Linie ist das Mittel aus allen einzelnen Berechnungen. Und das zeigt hier die Temperaturen in zwei Metern Höhe. Auch morgen nochmal sehr warm, bis zu 10, 11, 12 Grad im Westen des Landes. Dann wird es langsam etwas kühler und nächste Woche, da liegen die Temperaturen meist so um 4 bis 7 Grad am Tag. Und man sieht ja auch, da gibt es eigentlich kaum Läufe, die irgendwie in den Frostbereich gehen, nicht mal nachts. Also das wäre deutlich zu warm für Winterwetter in tiefen Lagen. Und Anfang Dezember, da werden die Ensemble sogar noch ein bisschen wärmer. Vom Hauptlauf heute Morgen sprechen wir es gar nicht. Der rauscht irgendwo nach oben weg Richtung 15 Grad Anfang Dezember. Das wäre natürlich deutlich zu warm für Anfang Dezember. Und dazu gibt es immer wieder einzelne Niederschlagssignale ab dem 25. und 26. November. Bei diesen Temperaturen wäre das natürlich meist Regen, erst oberhalb von 600 bis 800 Metern. Da könnten es auch mal ein paar nasse Schneeflocken sein. Die Wetterlage heute und morgen ist geprägt von einem Hoch mit dem Namen Valentina. Die Sonne lässt sich aber nur selten blicken. Meist graues Wetter, typisches Novemberwetter. Aber zugleich bleibt es hier bei diesen warmen Luftmassen auch morgen nochmal Werte um die 12, 13, teilweise 14 Grad. Also an diesem Wochenende gibt es auch keinen Wintereinbruch. Und der Strömungsfilm, der zeigt erstmal, wie stabil hier dieses Hoch vor unserer Haustür liegt. Und zum Sonntag erst wird es ein bisschen wechselhafter. Da kommt so ein kurzer Tiefausläufer bei uns vorbeigezogen. Und der bringt dann auch die Kaltfront mit. Kalte Luft in der Höhe ist erstmal kein Thema. Die Temperaturen liegen bei uns bei 11 Grad, teilweise in 1500 Metern Höhe. Und ich hatte es eben gezeigt, diese warmen Luftmassen sind bis unten durchgemischt worden zum Erdboden. Deswegen ist es heute auch so warm unten. Trocken geht es auch noch weiter in den kommenden sieben Tagen. Das sind die Regensummen bis nächste Woche Freitag. Da fällt relativ wenig Regen vom Himmel. Vor allem hier in einem breiten Streifen über Deutschland. Nur Richtung Erzgebirge und auch Richtung Nordsee könnte es ein bisschen nasser werden. Zum Vergleich der Blick auf das europäische Wettermodell. So ein Modellvergleich ist ja immer ganz nützlich. Und auch hier sehen wir das Ganze relativ ähnlich. Weit verbreitet wenig Regen in den kommenden sieben Tagen aufsummiert. An der Nordsee bis zu 15 Liter und auch hier vom Schwarzwald Richtung Erzgebirge punktuell mal 10 bis 15 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Der November ist bisher leicht zu warm. Nur bezogen auf die ersten 18 Tage ist der Monat 0,9 Grad wärmer als das langjährige Klimamittel. Bitte nicht mit diesem Wert hier vergleichen. Denn dieser Wert bezieht sich auf den ganzen gesamten Monat November. Und diese Abweichung bezieht sich nur auf die ersten 18 Tage. Beim Regen hat der Monat bisher das Regensoll zu 54 Prozent erreicht. Das Sonnenscheinsoll wurde zu 56 Prozent erreicht. Also da kann bei beidem noch ein bisschen was obendrauf gelegt werden. Und jetzt wird es spannend. Wir schauen uns die Hauptläufe an von heute Morgen. Erstmal vom europäischen Wettermodell. Und zwar für den kommenden Sonntag. Und wir sehen die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Die liegen im Süden Deutschlands bei 10 Grad. Sonst im Rest des Landes so bei 3 bis 8 oder 9 Grad. Also relativ warm. Apropos. Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Viele fragen ja immer, warum zeigt mir diese Temperaturen? Da wohnt doch fast überhaupt keiner. Ja, da wohnt auch keiner. Und das ist ja gerade das Tolle. Wir sind ziemlich weit über dem Erdboden. Frei von irgendwelchen Einflüssen von unten in der Atmosphäre. Und wir können diese Karten gut nutzen, um genau zu sehen, wo sind gerade kalte Luftmassen unterwegs, wo sind warme Luftmassen unterwegs. Und man kann so großräumig einschätzen, wie es in den kommenden Tagen bei der Großwetterlage einfach weitergeht. Jetzt im Winter kann man sehr schön sehen, kommt die Kaltluft, kommt sie nicht. Und wenn ja, wie stark, wie stark könnte der Wintereinbruch werden. Und deswegen nutzen wir auch gerne, sehr gerne die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Wir schauen weiter in die nächste Woche hinein auf den Dienstag, auch hier nach dem europäischen Wettermodell. Und die Kaltluft bleibt uns erstmal fern, zumindest die richtig massive Kaltluft. Wir bekommen so ein bisschen was ab nach dem Hauptlauf. 0 bis minus 2, minus 3 Grad. Das würde uns unten nasskaltes Wetter bringen. Und dann am Donnerstag danach auch nicht wirklich sonderlich kalt. Da war schon mal deutlich kältere Luft im Spiel. Aber das Ganze hat sich so ein bisschen gespalten einmal über Deutschland. Da ist Kälte hier westlich von uns, aber auch hier östlich von uns. Nur direkt hier über Deutschland, da ist es dann doch ein ganzes Stück milder, vor allen Dingen im Süden des Landes. Wir blicken weiter auf den ersten Advent. Und da gibt es einen neuen Anlauf. Stichwort Verschieberitis. Mittlerweile schon am ersten Advent. Da könnte es nochmal die gröbere Kaltluft versuchen, bis zu uns nach Deutschland vorzustoßen. Da endet aber schon die Prognose vom europäischen Wettermodell. Wir schauen auf den kommenden Mittwoch nach dem amerikanischen Wettermodell. Auch hier sehr mild. Eher so 0 bis plus 5 Grad in 1500 Metern Höhe. Auch hier ist die Kaltluft gespalten. Ein Teil hier bei Osteuropa, der andere Teil westlich von uns. Bei uns bliebe es eher milder, so zumindest der aktuelle Hauptlauf. Und das Wetter Richtung 1. Advent sieht relativ ähnlich aus zur Prognose vom europäischen Wettermodell. Und zugleich strömen auch hier sehr warme Luftmassen in den südöstlichen Mittelmeerraum bis zu 16, 17 Grad in 1500 Metern Höhe. Da könnte es nochmal sommerlich warm werden mit Werten um die 25 oder 26 Grad. Doch wie sicher sind die Berechnungen der Hauptläufe? Ich habe es eingangs schon gesagt, als Meteorologe muss man auch immer wieder die Ensemble-Prognose gut im Blick behalten. Denn die zeigt, wie gut oder wie schlecht ein Hauptlauf eingebettet ist in das Gesamtergebnis. Wir schauen auf die Ensemble-Prognose für den Westen bis zum 5. Dezember. Momentan ist dieser Wärmeberg bei uns. Danach wird es kühler Anfang der Woche. Aber dann zum Mittelpunkt der nächsten Woche, zur Wochenmitte, da kommt schon wieder so ein neuer Wärmeberg hier in den Modellen zum Vorschein. Danach rutscht das Mittel wieder etwas unter das Klimamittel. Das ist die braune Linie. Es geht also etwas zu kühl weiter. Und dazu gibt es auch immer wieder Niederschläge. Aber die Werte liegen meist so bei minus 4, minus 5 Grad. Und das reicht nur bedingt für nassen Schnee so auf 300 Meter herab. Also ganz unten wird es keine Schnee mehr gegeben. Im Westen vielleicht so ab 500 bis 700 Metern mal weiße Landschaften. Und hinten raus, da wird es auch schon wieder wärmer bei den Ensembles Anfang Dezember. Und der Hauptlauf, wir hatten es vorhin gesagt, das ist ein Ausreißer hier in diesem Fall. Liegt hier oben, aber das Ensemble Mittel ist doch deutlich tiefer. Also Gemach, Gemach, ganz so mild, wie uns das der Hauptlauf vorgaukeln will, wird es wohl nicht werden. Aber massives Winterwetter zum Monatswechsel à la 2010 ist hier zumindest nicht zu erkennen. Wir blicken nach Süddeutschland auch dieses Mal wieder auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Auch hier relativ ähnlich. Dieser erste Wärmeberg, dann die Abkühlung, Mitte nächster Woche der nächste Wärmeberg. Dann wird es hier ein bisschen kühler, aber wir liegen hier im Süden deutlich näher am Klimamittel dran. Auch hier setzt die Verschieber Rittis ein. Jetzt die Kälte eher zum Monatswechsel. Da könnte es da mal runtergehen auf minus 7, minus 8 Grad. Da wird die Schneefallgrenze bis in tiefe Lagen sinken, aber erst zum Anfang des Monat Dezembers. Und danach steigen auch hier die Temperaturen langsam wieder an. Zum Vergleich noch der Blick auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe für Ostdeutschland bis zum 5. Dezember. Die liegen erstmal bei 10, 11, 12 Grad die Temperaturen in 2 Metern Höhe. Dann wird es kühler nächste Woche, aber insgesamt liegen wir bei völlig normalen Werten für die aktuelle Jahreszeit. Auch hier kaum Temperaturberechnungen, die mal in den Dauerfrostbereich oder in den Minusbereich gehen. Es bleibt also auch hier bei 4 bis 7 Grad am Tag und ab Anfang Dezember ist das Ganze wieder ziemlich offen. Die Streuung nimmt wieder deutlich zu. Auch hier wird alles nach hinten aktuell weggeschoben. Und der Blick noch nach Norddeutschland, auch hier bis zum 5. Dezember. Die Temperaturen liegen aktuell bei 12, 13 Grad, bleiben auch morgen noch so hoch. Danach wird es hier ein bisschen kühler. Aber hier sehen wir nur einen einzigen Lauf, der mal runter geht unter 0 Grad. Also auch hier relativ mild für Schnee, 5, 6, 7 Grad. Was aber eben auch normale Temperaturen sind für die aktuelle Jahreszeit. Ja, fassen wir kurz zusammen. Für Winterwetter bis ganz runter sieht es weiterhin eher schlecht aus. Wie seit Tagen schon gesagt, es hat sich angedeutet, das Ganze wurde immer wieder weiter nach hinten geschoben. Man muss auch so ein bisschen lernen aus der Geschichte. Anfang November haben uns die Modelle zum ersten Mal den Winter vorgegaukelt. Dann Mitte November, jetzt Ende November und das Ganze ist schon wieder nach hinten verschoben worden. Es wird kühler nächste Woche, aber insgesamt erreichen die Temperaturen doch weitgehend ein normales Niveau für die aktuelle Jahreszeit. Aber natürlich kann sich das Ganze auch noch mal ändern. Wir bleiben natürlich in den kommenden Tagen für euch dran und beachten mal ganz genau, wie geht es weiter. Ist da vielleicht zum ersten Advent eine Winterchance drin mit Schnee bis ganz runter? Da werden jetzt schon einige wieder sagen, um Gottes Willen, hör auf mit deinem Schnee. Wir wollen keinen Schnee. Aber es gibt auch viele, so wie mich, die freuen sich mal über weiße Landschaften. Ich komme aus Rheinhessen in Rheinland-Pfalz. Da ist Schnee wirklich mangelbar geworden. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich freue mich natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Und jetzt für euch alle ein wunderschönes Wochenende. Tschüss, bis bald. Und jetzt für euch alle ein wunderschönes Wochenende. Und jetzt für euch ein bisschen, wie esiam.